servus meine liebte freunde ja jetzt machen wir mal ein bass test beziehungsweise lautsprecher test die anlage herrlich ja mit der machen was ja das kommt jetzt auch mal da rein so haben wir das perfekt ja sehr schön ah ja ups und natürlich mein tee darf ich nicht vergessen so wir brauchen bluetooth bitte willst du jetzt wieder nicht oder was wir brauchen bluetooth bluetooth genau so haben wir das auch schon mal aber bevor wir es mal gibt es noch mal die schöne pracht praline so mit diesen schönen beleuchtung das schaut aus wie so ein heißer draht so dann wollen wir mal die medien ein bisschen leiser schalten dann brauchen wir jetzt bluetooth dann brauchen wir jetzt bluetooth verbundene geräte neue gerät koppeln verfügbar er sucht ja es geht ziemlich schnell da haben wir es ja schon ja wo passt jetzt brauchen wir youtube und den verlauf und den verlauf jetzt brauchen wir eigentlich es geht nicht ein paar jetzt doch ja mell Falscher Song, ok? Ach, falscher Song. Falscher Song. Falscher Song. Hamas, Achtung! Falscher Song. 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 coding. GHi-Hi! Jetzt wird es lustig! Falscher Song. Falscher Song. Falscher Song. Falscher Song. Falscher Song. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, Leute, da geht was. Da geht immer was. Ja, das ist natürlich schon krass. Die hat was. Man kann sagen, ja, nicht zu laut. Sehr dezent ist die. Sehr dezent. Ja, die ist sehr dezent. Die hat echt einen schönen Klang. Der Bass ist auch in Ordnung, wenn man es nicht übersteuert. Der Bass geht von 1 bis 15. Also 15 ist maximal. Und ich bin gerade mal auf 10%. Ja, also 5% gehen noch rauf, aber das ist ja auch nicht mehr schön dann. Da muss schon das wichtige Lied dabei sein, damit es überhaupt passt. Und jetzt singen wir mal ein chilliges Lied von Weihnachten. Dazu brauche ich das Mikrofon und diesen Stecker da. Ja, sonst geht das natürlich nicht. So, natürlich zeige ich euch auch das wieder. Ja, wie das funktioniert. So, ich will den Stecker 1. Ich will den Stecker 1. Bluetooth ist dabei. So. Hoppala. Jetzt bin ich beinahe abgerutscht. Schauen wir mal, ob es funktioniert. So, angst du jetzt? Es ist ja ein Christmas time. Es ist ja ein Christmas time. Amen. Oh, neew invisible time. Es ist ja ein Christmas time. Mein Name. Oh name, oh name, man in time, in name, oh name, man in time, oh time, man in name, oh time, man in name, oh 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 name, O name, O name, O name, O name, Ese üzere happening. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. All but grace. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Name, oh grace, oh name, oh name, oh grace, oh my grace. Wow, wow, das kam jetzt von Herzen, das hat Seatime gesungen mit, irgendwas mit Grace, ja, ey, es ist ein sehr emotionales Lied, sehr traurig, hab ich jetzt gerade mal für euch gesungen, Leute. Ja, ich kann singen, ja, ja, weil manche Leute gesagt haben, ich kann nicht singen, ja. Ich singe leidenschaftlich gerne, gar keine Frage. So, jetzt schauen wir mal, was noch so alles da ist. Boah, na, du hast gar nichts. Na, mach mal. Dann machen wir mal ganz was anders. Drehen wir mal ein bisschen Pep rein jetzt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung. BR 2018 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 Also wenn ich jetzt hier gleich noch so weit es singe, dann komme ich zum Bohlen. Dann komme ich zum Bohlen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Na Leute, jetzt sagt sie nix mehr von diesen Boxern. Ist schon geil, ne? Da geht was. Wie gesagt, diese Lieder, die ihr jetzt hört, darf ich auf YouTube benutzen. Das ist lizenzfrei. Also, Urheberrecht ist es nicht. Steht ja extra hier. Ja? Hier an der, an der Schrift hier. Ja? Hallo? Arschloch, wo ist das Verliebchen? Da ist es nochmal genau. Es ist so gut, dass man ein Zweithandy hat. Echt? Ein sieben Jahre altes. Na gut, das tut's noch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt lasst der Penny noch mal die Saar raus, bevor das Jahr 2023 endet. Wir nähern uns immer mehr das Jahr 2024. Und jetzt zeigt der Patrick euch die Mega-Anleihe und die Mega-Sau. Lasst es euch gut, meine Wetterfreunde, denn nächstes Jahr starten wir die Saison. In die Gewittelsaison und die Wetter-Saison werden die Wetter-Dokussungen noch exzellenter, noch präziser, noch geiler, noch präsenter und noch erster. 1, 2, 3, go, go! 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 2, 3, go, go! Boah, Lekko Mehl, man, das ist das für eine geile Doku, ey! Boah, mega, ey! Und jetzt stoppen wir der Runde, Leute, seid ihr bereit? Drei, zwei, eins, und go! 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 Drei, eins, und go! Drei, zwei, 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 eins, und go! Drei, 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 eins, und go! ich schau gerade was ich vorher noch es sind auch ein paar lieder von den charts dabei was ich gerade daraus lese jetzt gehen wir mal ganz runter bin ich bis zum nächsten Mal okay starten wir bis zum nächsten Mal okay 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 and okay okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 wow mega nice freunde echt einfach nur nice das kann man sich gar nicht das kann man sich gar nicht vorstellen was ich für eine freude habe euch das zu präsentieren es ist einfach wahnsinn da geht immer was beim paddy aber das schlägt wirklich aus der anlage das ist richtig faszinierend einfach nur geil da geht immer was ich hatte jetzt so ein spaß leute aber ich hätte am strom hängen lassen müssen ich hätte sie komplett aufladen müssen die war nicht komplett aufgeladen deswegen hat sie nur 50 minuten durchgehalten meiner weise würde sie durchhalten zwei stunden mit led meiner weise würde sie mit beleuchtung zwei stunden durchhalten aber das waren jetzt gerade mal 50 minuten dann hat das handy angezeigt der abstand ist niedrig von der anlage da habe ich mir gedacht okay jetzt muss aufhören weil ich habe hier keine steckdose hier gleich in der nähe die ist bloß da hinten an der wand in der küche und das blöde ist das kabel ist einfach zu kurz das netz kabel um die anlage jetzt dort hin zu hängen deswegen mussten wir auch aufhören und auch deswegen weil es weil es in 45 minuten 10 uhr ist 22 uhr und deswegen haben wir aufgehört ja ja der patrick hat noch mal die sau ausgelassen meine liebe freunde ja mir fällt immer etwas ein so kann man es quasi sagen patrick fällt immer etwas ein da wird es nie langweilig ja das habe ich jetzt mal wieder mal so richtig gebraucht leute das habe ich jetzt mal wieder gebraucht ja so viel zum thema dazu ne gut freunde dann macht es gut genießt diese dj karaoke weil die hat in sich ja jetzt habe ich noch mal letzten trumpf raus gehauen hier ja den allerletzten trumpf und ja mir geht es jetzt in sachen wetter weiter jetzt kommt heute nacht eisregen regenschnee drei kombis hintereinander mal schneefall dann eisregen dann regen ja mal schauen wie es die nächsten wochen wird ja und ansonsten wir hören uns freunde macht es gut ciao